Das ist ne Zielscheibe. Das triggert mich. Das war ja dumm. Nein! Mach den doch einfach platt, Lara. Ich hab hier zu viele Leichen hingelegt, ich konnte nicht weitergehen. Halli und hallo, liebe Freunde. Willkommen zurück hier im Spieleparadies. Mit mir, The Maxi. So, was hat die jetzt? Oh. Ja. Ich hab ne Drohne gefunden. Okay, also immer wenn wir hier ne Drohne hören, müssen wir mal Ausschau halten. Ähm, ich soll aber noch zu dem Typ zurück, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass wir die so schnell hier sehen. Hier ist ein Eingang. Oh, wir können hier so viel machen. Ist mal ehrlich, aber ich will mich hier nicht aufhalten. So, hab alles gemacht, was du wolltest. Yay! Neue Ausrüstung erhalten. Kampfverprobt. Wow! Ich bin ein guter Samariter. Das ist ne Zielscheibe. Das triggert mich. Will ich mit dem reden? Ne. So, eine Drohne fehlt uns noch und wir müssen da runter. Stört euch das eigentlich, wenn ich hier das ganze Zeug unbenutzt lasse? Oder sagt ihr, mach ruhig weiter mit der Story? Wir wollen die Story sehen. Bin da grad schon ein bisschen hin und her gerissen. Gewehr freigeschaltet. Schön! Aber momentan bin ich echt zufrieden mit meinem Sturmgewehr. Da ist noch ne Drohne. Oder auch nicht. Das ist die grad da runter geflogen. Dachte ich hätte was gesehen. Vielleicht war es aber auch nur ein Vogel. Kann auch ein Vogel gewesen sein. Oh, da geht's rein. Ist das ein Wildschwein? Das sind Wildschweine. Her damit. Für irgendwas brauche ich nämlich Wildschweinleder. Ja, Wildschweine. Hello. Greifen die nicht eigentlich an? Oh ja, machen sie. Ist hier noch eins? Ich dachte ich hätte grad eins gehört. Yeah, Wildschweine. Solltet ihr die Gelegenheit bekommen, dann packt sie immer beim Shop. Und gönnt euch die Wildschweine. Da. Unsere letzte Drohne. Oh. Wow. Ich war grad nur auf die Drohne fixiert. Hat sie. Auch Entschuldigung. Kleiner Luchs. Oder so. Jetzt verschwindet der dort wieder. So, jetzt geh ich erstmal zu ihr hier. Ja, hab ich. Voll gerne. Alter Hohenbogen. Hm. Alternative Waffen. Sehr schön. Missionen abgeschlossen. Da geht's weiter. Wie gesagt, ich lass mich hier so schnell immer wieder ablenken. Deshalb jetzt einfach mal geradewegs dahin. Ich nehme mal wieder meinen Bogen. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Muss ich da zuhören? Oh, süß. Nee, okay. Ich dachte, ich muss da vielleicht zuhören. Ich meine, ich kann da schon zuhören, aber letztendlich arbeitet Lara ja auch eher alleine. Hier ist ein neues Lager. Können wir trotzdem mal schauen, neue Waffe verfügbar, Maschinenpistole. Was ist das hier? Tatsache, Maschinenpistole. Wir sollten die Kletteraxe vielleicht auch mal fressen. Hier mal gucken, wie das hier ausgeht. Wer zuerst in der Quelle ist. Holz nehmen wir immer mit. Oh. Ja, wo? Okay, ich würde mal schätzen, da, ne? Ja, genau. Da. Na, super. Kann es nicht auch mal bei mir einfach sein, wenn ich direkt rüberkomme? Oder halt Brandpfeile. Brandpfeile, die vermisse ich auch noch. Hüpf. Hüpf. Aber ist okay. Die haben das vor allem vorhin, den anderen Turm, haben die doch mit Brandpfeilen angezündet. Das verstehe ich nicht. Warum kann ich das nicht? Oh je. Runter. Aha. Das war ja dumm. Also mit C. Und E wieder einhaften. Oh Gott. Natürlich. Das ist ja echt das Richtige für mich. Zack. Wieder hoch. Eieiei. Die Arme Lara, die muss hier immer was mitmachen. Und wir dadurch auch. Was haben denn die für krass schlecht gebaute Türme? Die sind ja schon richtig einsturzgefährdet. Kein Wunder, dass sie da die Fremden hochschicken. Oh. Aber wir haben es fast geschafft. Okay. Das ist doch schon mal gut. Was ist das denn? Ölflasche. Ah, jetzt können wir unsere Pfeile in Brand setzen. Oder? Na klar. Na schön, dass ich die jetzt habe. Okay. Aber irgendwann mussten sie ja kommen. Und lieber jetzt als nie. Können wir doch jetzt eigentlich wieder rüber? Dann von Weitem das anzünden, oder nicht? Ich glaube, sie hängt noch nicht so wirklich. Moment. Ich spring nochmal. Ja, jetzt. Hörer. Jetzt. Die hing irgendwie komisch dran. Natürlich. Jetzt noch an was ranhangeln, was in der Luft hängt. Ach, komm. Ach, komm. Mit Laura. Ja. So, jetzt burnt das hier. Danke, Lara. Our people have been warned. That should give them time to evacuate. Okay. Meet me in the upper village. I'm gathering our forces here. All right. Oh, danke, dass ich dort jetzt nicht runterklettern muss. Müssen wir unser Öl eigentlich immer auffüllen? Öl lässt sich nach Verbrauch wieder am selben Ort auffüllen. Ah. So, auf nach drüben. Aber ich denke, jetzt werden wir so viel Öl finden. Da haben wir immer genug dabei. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Repetiergewehrkomponente. Wo sollen wir ihn treffen? Da. Hier ist noch ein Monolith. Griechisch, Stufe 7. Wow, wie weit geht denn das noch? Hallo. Oh. Bin unterwegs, bin unterwegs. Oh, muss ich jetzt hier durch Wasser warten? Ich komme. Ich helfe. I can help. 30 Sekunden, aber sonst geht's noch. Oh nein. Nein. Mach den doch einfach platt, Lara. Jetzt darf ich. Uff. Oder er. Pumpgun. Pumpgun. Hahaha. Geilo. Ja, ja. Ja gut, die Pumpgun, die ist ein bisschen ungenauer, aber... auch schön. Ja, und hier haben wir Muni dafür. Noch mehr Muni. Okay, aufladen. Na, wo kommen sie alle durch? Ja, wenn ich... Wenn ich sehe... Ich bin jetzt... Wenn ich sehe... Gucke dazu. Fuckt mit euch. Muss ich die Kranker nehmen? Nehmen? Ach so, der ist schon platz. Ja, natürlich! Ich kann auch nachladen. Okay. Ja damit... Ich habe hier zu viele Leichen hingelegt, ich konnte nicht weitergehen. Nein! Oh, der hat einen Flammenwerfer. Wenn ich auf die Flaschen dort ziele... Ja. Der brennt. Aber wie viele Schüsse das die Gasflasche gebraucht hat. Wow. Wow. Heftig. Was hat er denn? Ja. 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 Was hat der denn gerade gemacht? So kann man das natürlich auch interpretieren. Oh, ja. Oh, ja. Stay with me. Stay with me. I'm sorry. Your people don't deserve this. It is our chosen path. Our duty. It's never been easy. I understand what it's like to lose people. Trinity won't stop, will they? I doubt it. They have many resources. And the Atlas? It's an ancient map to the old city. The Trinity won't find it at that tower. Many of my people live in those ruins. They won't be prepared for what's coming. I can help them, Jacob. Will you do this for us? Or for that which you seek? Beides? Right now they're one and the same. I'll be back with reinforcements after I turned to the wounded. Bye, yeah. We need to smile a little bit, Jacob. The attack doesn't shine… Okay, Freunde, that was for today. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. I hope euch hat's gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt. Hier im Spiele-Paradies mit mir is Maxi. Bis dahin, macht's gut und tschüss.